Sarah Lombardi hat aktuell mächtig Spaß. Ihr neuer Hit Te Amo Mi Amor begeistert die Fans der ehemaligen Supertalent-Jurorin seit Tagen. Doch nicht nur das. Via TikTok startete Sarah jetzt auch eine coole Challenge zu ihrem Song. Nachdem die 27-Jährige den Tanz bereits mit ihrem Ex Pietro Lombardi aufführte, durfte ein Video mit ihrem neuen Freund Julian Büscher natürlich auch nicht fehlen. In einem zweiten Clip sieht man den Fußballer so gemeinsam mit Sarah und einigen Freunden der beiden im Garten tanzen. Ganz schön witzig, oder? Die einzigartig schön-Interpretin scheint generell zuletzt im TikTok-Fieber zu sein. Neben einem weiteren coolen Clip mit zwei Freundinnen, bei dem sie das Tanzbein schwingen, versuchte sich Sarah Lombardi zusammen mit Julian auch noch an einer weiteren TikTok-Challenge. Und die Sängerin scheint sichtlich Spaß mit ihrem Liebsten zu haben. Wir freuen uns, die Mama von Alessio wieder so glücklich zu sehen. Bis zum nächsten Mal.